Hallo YouTube, herzlich willkommen zurück bei eurem Don, Frankio hier wieder mal. Nicht Left 4 Dead, How to Survive. Meine Güte. Schnauzehörsch. Alter, das ging schnell. Na gut, hier liegt sogar ein Paket. So, Sanchez Paket. Nochmal ne Frucht. Gut, passt. Weg. Aus dem Weg klappen. Ach, leck mich. Weg damit. Hier ist doch gar nichts. Was wollt ihr eigentlich? Ja, da hinten kreuscht. Jetzt weiß ich wieder, warum ich das Ding nicht aufgemacht hab, eigentlich in meinem eigenen privaten Spiel. Weil ich eben mit sowas gerechnet habe. Na komm. Jetzt hat es da Munition. Passt. Stück Stoff. So, tschüss Mädels. Muss ich nach da oben? Scheiße, ich muss nach da oben. Fickt euch, dreht euch, Drex, Drohteiner, äh, Strauße. Naja, ihr rennt einfach schon mal weiter und ich sammle die Pakete in Ruhe ein, okay? Ist das ein Deal? Gut, das ist ein Deal. Nein, da rennt man gut ran. Und, tschüss. Tschüss. So, wo immer jetzt da Stoff lag. Wird schon einen Grund gehabt haben. Stoff. Na gut. So, obwohl jetzt noch da unten ist noch was. Ganz einfach easy peasy. Kulsch, klutsch. Weg mit euch. P 2020, um später zu dem Fall sind. Für das letzte Jahr geht es auf mich um jetzt sprechen zu übernehmen. Da und dann auf den Weg ein. Gehe ich halt einfach mal einen anderen Weg. Ist auch okay. Wenn ich einen Sprengpfeil habe, ist es scheißegal. Ich würde es einfach hier stumpf den Bumerang reinschmeißen. Das wäre schon praktisch. Habe ich vielleicht noch eine? Dann zufällig. Nö. Ich werde mich hier noch mal kurz hoch. Das trinken wir auch vielleicht nicht schlecht. Oder ich benutze einfach mal Waffen. Ich habe mir was zu trinken. Ich habe immerhin so eine Chance auf Kopfschutzschaden ohne zu zielen. Corona-Wurzeln ist immer gut. Machst du mal jetzt einen Flieger. Und ich gehe jetzt hier erstmal auf diese einsame Insel. Äh, Las Rikas. Jo, eben. Wir sind natürlich wie immer mal... My name is... My name is... Na, wo ist hier das Sanches Paket? Kapunengriff. Liegt irgendwo noch Moni rum. Jo. Puh. Hatte ich nicht eigentlich noch mehr Moni aufgenommen? Ja, genau. Fallen lassen. Aufnehmen. Weiter geht's. Ja, so. Und wechseln die auch mal. Hm. Na, dann gehe ich ja wohl unten rum. Macht ja wohl am meisten Sinn, oder? Untenrum dann einmal hier durch den Wald. Dann oben wieder durch. Und dann hinten wieder raus. Pundition, Stück Stoff, Pundition, Knochen, Kugel, sichere Helm. Ach ja, ich liebe... So kleine, aber feine Sachen. Du eben hier einfach nur. Aber ich mag diese dämlichen Straußen nicht. Sie sind nämlich eigentlich ziemlich nervtötend. Das heißt nicht eigentlich, die sind nervtötend. Vor allem machen sie einen Haufen Schaden. Was bist du, Guarana? Du bist meins. Oh Gott. Es wird ja nicht gezielt und trotzdem Headshot. Munition, Munitionsanschlusspaket. Datenhelm. Munition. Stück Stoff. Munition. Äh, Soldatenhelm. Munition. Statt für den Soldatenhelm aufgehoben. Fallen lassen. Fallen lassen. Gut. Weg. Jetzt muss ich hier bloß noch diese einherzen. Hier sind wieder zwei Heilpflanzen. Die ist uns dem herz. Sehr gut. Weil ich die Dinge einfach brauche. nochmal 8 dp. Nachladen. Hier lag irgendwo noch Muni rum, glaube ich. Ja, da. Zum Beispiel. Dann haben wir hier eine exotische Frucht. Kann ich jetzt auch mal wieder essen. Uff, tada. So, jetzt kann ich hier wieder zusammenfügen. Zwei Verbände. Haben wir wenigstens wieder 10. Das heißt, 5 Medikets haben wir damit gespeichert. Ich habe 5 Medikets. Das heißt, ich kann mich hier 10 mal vollheilen. Von 0 an. Ja, ja. Bom, bom, bom. So, was habe ich denn jetzt hier noch wieder... Oh, stimmt, ich würde ja frisch verschollen. Frischfleisch und Tierhaut. Oh, ich bin zu ihm am Frischfleisch interessiert als Tierhaut. Aber gut ist ja mal, wenn man sie überhaupt, dass man hat. Oh, hier liegt sogar noch ein klassischer Pfeil rum. Loll. Der bleibt halt eben wirklich so gut wie alles erhalten. Kommt mal, war da nicht gerade eben irgendwas? Ja, leid, schlöcker Gott. Weg damit. Injektion. Ja, halt, stopp. Hier war doch auch gerade eben irgendwo. Das ist schon Fall mit Federn. Ich weiß nicht, wieso die hier sind. Aber gut. Hier noch das böse Frisch, was wir damals schon erlegt haben. Tschüss. Das war jetzt relativ einfach, diese kleine Insel. Ach ja. Ja. Surfpackete haben wir. Fünf gibt's hier. Na, dann auf jetzt. Gut, die sind hier mittlerweile am Flugzeug. Hm. Ja gut, mal sehen, wie ich das jetzt mache. Also. Einmal nach da hinten rennen. Dann. Gehen wir zum Lagerfeuer. Schießen dann da hinten eine Barrikade auf. Weil. Über dieser. Über der unteren Barrikade. In dem See da. Da ist nämlich diese komische goldene Frucht. Ich weiß bloß nicht wo. Also das ist wieder hier einmal drum rum rennen. Als ob es mich kümmert, wie viele Leute da kommen. Ich kann nachladen. So, jetzt kann ich hier einmal das skillen. Oh, ich hab nicht mehr richtig gezielt. Nice. Hm, 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 hm. Erschöpfung ist bald wieder eingetreten. Also essen wir mal. Goldene Katze. Eine goldene Heidenstatue einer Katze. Die weiß immer noch nicht, wo ich die hin, wo ich die wegschreien soll. So, du, 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 du. Munition. Oder ja, war natürlich klar, dass ich das... Äh, verpisst. Reicht auch einfach. Stück Stoff. Stück Munition. Äh, Sanchez Paket. Jetzt darf ich mich... Das hier ist noch was. Nee. War aber zu schnell wieder mal meine Handlung. Oh, jetzt shit. Jetzt hab ich wieder zurücklaufen und... Ja. Yay. Das war fresh daneben zielen. Weil ich es kann. Eben. Reload cancel. Fertig ist. Äh, shit. Na gut. Na gut. Dann eben nicht so. Na, shit. Da oben liegt eh das Zeug rum. Kann ich das auch einfach gleich da aufnehmen. Ist doch scheißegal, wo ich das aufnehme. Hauptsache, ich hab's. Punkt. Tschüss. So, fertig ist. Und Ruhe ist hier. Im Auenland. Oh, das heißt jetzt ist Nacht. Stimmt ja. So, jetzt hat... Jetzt muss ich hier rein. Oh, du. So, wie ich jetzt gegenseitig tötet oder ob ich euch töte, ist mir eigentlich relativ egal. So, anzünden. Eben 50% mehr schade. Das müsst ihr euch mal reizen. 50%. Aber so, hier. Ach komm, hier. Es ist Nacht. Kriegst du ja zugescheuert. Eisenachst. Sehr stark in Angriff. Durch ihr Gewicht dauert der Angriff länger. Okay, Feuerstein, Essensstange, Werkzeug. So, hier haben wir wieder... Benzin für unsere Molotovs. Molotov. Fallen lassen. Bewegen. Bewegen. Besser jetzt mal nach da oben. Die kurze Kette kann ich auffallen lassen. Brauche ich ja nicht mehr. Ach komm, scheiß drauf. Zusammenfügen mit einer Feder. Das wird mal kurz hiermit zusammengefügt. Dann füge ich das mal wieder mit Sprengstoff zusammen. Und dich füge ich mal wieder mit einem Lappen zusammen. Ein 40 Klappen. Leck mich am Arsch. So, jetzt satt. Hä? Was fügt er denn jetzt da? Hange mit... Hier ist doch nichts außer dieser... komischen... Katze, glaube ich. Oder wie... Ja, es ist diese Dreckskatze mal wieder. Fallen lassen. Will ich nicht. Brauche ich nicht. Mag ich nicht. Was ist hier? Holzstock. Oh, shit. Das war... Das war der falsche... Das war der falsche Schuss. Das war ein bisschen übertrieben für eine Feder. Wundert mich überhaupt, dass ich da überhaupt noch was rauskriege. Oh, ne Rolle. Nice. Was fange ich jetzt damit an? Ah, lassen wir einfach mal so. Ja, ist dafür, dass ich noch brauchen kann. Äh, äh... Stein der Doppelzeit-Boomerang. Ja. Klippenfeuerschein. Das habe ich dir auch schon gezeigt. Ne Eisenplatte. Zusammenfügen. Zusammenfügen. Ausrüsten. Huh. Äh, fallen lassen. Tja. Oh. Tja. ich würde mal sagen ist stärker als vorher stück stoff stück stoff munition totes fiech munition totes wie so bin ich da drauf mein name ist werkzeugkasten lasst mich raten da drin ist es natürlich ist es da drin herr franke was haben sie denn sonst von uns erwartet und sowas wie leichtigkeit r jetzt schon meinen sack goldene krabbe ich nicht auch noch öffnen nachher er kommt spiel ist ja so gesehen schon schön aber ich bin dafür bereit noch irgendwie was zu zahlen an dlc man scheiß kritische treffer meine güte endlich zurück zu den bäumen ich höre schon auf heute hier schon auf und auf mich nachzumachen so sanches paket und da oben ist natürlich auch noch was noch mal heilen vier goldene graben im westlichen teil der insel versteckt liegen ich werde es auch einfach lassen so jetzt ist da hinten beim wasser noch eine so ok bamm bämms so wie schaut es aus wie beim dorster gut es passt alles soweit tschüss das neustach ich brauche ich nicht munition nehme ich mal kurz mit wieder sanches paket was trinken an kompressor ok dann das heißt hier bin ich dann quasi schon wieder fertig sehe ich gerade ja shit da drüben kann ich nicht lang also gehe ich einfach mal hier hinten rum ja das ist ein pfad die leute die es nicht wussten soldaten gas maske ja gut hier haben wir eben diese letzte komische hier haben wir eben diese eine goldene krabbe wo ich mich gehört habe das zählt ja gar nicht dazu so wir sind jetzt von da unten rauf jetzt gehen wir nochmal nach da oben wie viele peter haben wir 17 und 3 fehlen uns nämlich noch ja passt haben wir es ja gleich jesus christ aber davor sage ich einfach mal machen wir hier einen cut jetzt sage ich tschüss bis zum nächsten mal euer don frank k und der abschütz und der abschiedskette tschüss jetzt es ist es ist es ist Vielen Dank.